Hallo zusammen, Aizocca hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest anzunehmen bei Bat. In Vashiv, Tanktarwald, an dieser Position. Vorquest war unheimlich. Wir müssen Naga töten. Okay, jetzt geht es in diese Richtung. Und zwar müssen wir zu dieser Kanone hier hin. Ich habe jetzt was geredet, aber stelle mich dort. Hier angekommen, an dieser Position, müssen wir jetzt das Quest Item benutzen. Bat's Kette. Oh oh, ich glaube wir sind jetzt der Köder. Das ist nicht gut. Da kommt er. Hat aber kaum noch Zähne. Wir haben jetzt hier einen Extra Knopf. Und wir müssen anscheinend warten. Jetzt. Jetzt müssen wir den Extra Knopf drücken. Ah, jetzt geht es nicht mehr. Man hat anscheinend einen sehr kurzen Zeitraum. Jetzt habe ich gedrückt. Also, er müsste echt flott sein. Sonst klappt es nicht. Oh mein Gott, das ist ein Wissensperr. Zum Glück hat er uns nicht getroffen. So, was passiert jetzt? Er sinkt langsam zu Boden. Und ist jetzt anscheinend tot. Ja gut, Quest Silber wäre auch den zu töten. Quest ist bereit zur Abgabe. Die Frage ist jetzt, nur wo? Ah, ich hab's. Ihr seht, wir hängen immer noch am Seil von der Kanonenkugel irgendwie. Ah, jetzt nimmer. Quest ist dann abzugeben bei Bat. Im Tantarwald. Das schieb natürlich an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Was? Bat ist ein Skelett. Okay. Falls ich euch helfen könnte, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet. Und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so ein Abonnierknopf ein. Und falls ihr noch Lust habt, in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. Ciao.